Was sind eigentlich Kalendergeschichten? Wie sind sie geschrieben? Wo kommen sie her? Und für wen waren sie gedacht? Ich bin Gregor, dein Sofa-Tutor, und werde dir einiges zu den Kalendergeschichten erzählen. In diesem Video werde ich dir zuerst erklären, wie die Kalendergeschichten als eigene Gattung entstanden sind. Dazu solltest du schon wissen, wie sich erzählende, also epische Texte, von zum Beispiel dramatischen Stücken unterscheiden. Dann werde ich dir erklären, für welches Publikum sie gedacht waren. Was wollten die Autoren wohl mit diesen Geschichten bezwecken? Daraufhin werde ich dir ihre Merkmale aufzeigen. Um das alles etwas anschaulicher zu machen, werde ich dir kurz zwei Geschichten erzählen. Eine von Johann Peter Hebel und eine von Berthold Brecht. Zum Schluss fasse ich die Ergebnisse nochmal zusammen. Erst einmal zum Ursprung. Wie der Name schon sagt, Kalendergeschichten, sind erzählende Texte, die ursprünglich in Kalendern zu finden waren. Sie dienten der Unterhaltung der Leser. Meistens geht es um eine merkwürdige, witzige oder zum Nachdenken anregende Begebenheit aus dem Alltagsleben. Manchmal auch verbunden mit historischen Ereignissen. Im 17. und 18. Jahrhundert waren die Bibel und eben Kalender oft die einzigen Schriftstücke, die in den meisten Haushalten vorhanden waren. In den Kalendern konnte man Informationen über christliche Feier oder Namenstage oder praktische Tipps für das Leben im Alltag finden. Zur Unterhaltung und Belehrung fanden sich in ihnen aber eben auch kurze Geschichten. Nun komme ich zum Publikum und Zweck. Zu dieser Zeit konnten nur wenige Menschen lesen. Deswegen waren Kalender eines der wenigen Medien, um die einfachen Bevölkerungsschichten zu erreichen. Gerade während der Zeit der Aufklärung nutzten viele Autoren den Kalender, um ihre Geschichten im Volk zu verbreiten und sie zu einem moralisch besseren Verhalten zu erziehen. Sie wollten beispielsweise abergläubische Leser durch Kalendergeschichten eines Besseren belehren. Jetzt erkläre ich dir die wichtigsten Merkmale. Die sprachliche Gestaltung der Kalendergeschichten war schlicht. Sie sollten jedem verständlich sein und ihr Sprachstile war oft auch an den Volksmund angelehnt. Die Geschichten selbst waren meist kurz, da sie kein Buch, sondern nur eine Kalenderseite ausfüllen sollten. Der wichtigste zu nennende Autor heißt Johann Peter Hebel. Durch ihn und sein Werk Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes von 1811 wurde die Kalendergeschichte als eigene Gattung erst populär und löste sich vom Medium Kalender. Was für Geschichten hat er geschrieben? Schauen wir uns doch eine Kalendergeschichte von Hebel genauer an. Sie heißt Kanit Verstahn. Kanit Verstahn erzählt von einem einfachen Handwerksburschen, der zum ersten Mal in Amsterdam ist. Vor einem großen, sehr schönen Haus und einem prächtigen Schiff fragt er einen Niederländer, welchem reichen Mann denn diese Güter gehören. Darauf antwortet dieser Kanit Verstahn, was eigentlich bedeuten soll, ich kann dich nicht verstehen. Doch der einfache Junge denkt, dass der reiche Mann wohl Kanit Verstahn heiße und bewundert dessen Reichtum und schämt sich für seine eigene Armut. Da kommt eine Trauerprozession vorbei. Wieder fragt der Junge nach dem Namen des Verstorbenen und wieder hört er Kanit Verstahn. Da ist er sehr traurig über den Tod dieses Mannes, doch wird ihm auch plötzlich bewusst, dass er nicht mehr so schlecht über seine Armut denken sollte. Er versteht, dass der Tod keine Unterschiede zwischen arm und reich macht und im Leben eben alles vergänglich ist. Das war die Moral von der Geschichte Kanit Verstahn. Aber es gibt auch viele andere Autoren, die Kalendergeschichten schrieben. Der bekannteste zu nennende moderne Schriftsteller ist Berthold Brecht. Zudem sind Jeremias Gotthelf oder Peter Rossegger für ihre Erzählungen sehr berühmt. Jetzt erzähle ich hier noch eine Geschichte von Berthold Brecht, der in seinem Band Kalendergeschichten unter anderem auch mehrere kurze Erzählungen über einen gewissen Herr Keuner gesammelt hat. Sie entstanden in einem Zeitraum von über 30 Jahren. Die erste veröffentlichte Brecht 1926. Mein Beispiel für dich heißt Der Zweckdiener. Herr K. stellte die folgenden Fragen. Jeden Morgen macht mein Nachbar Musik auf einem Grammophonkasten. Warum macht er Musik? Ich höre, weil er turnt. Warum turnt er? Weil er Kraft benötigt, höre ich. Wozu benötigt er Kraft? Weil er seine Feinde in der Stadt besiegen muss, sagt er. Warum muss er Feinde besiegen? Weil er essen will, höre ich. Nachdem Herr K. dies gehört hatte, dass sein Nachbar Musik machte, um zu turnen, turnte, um kräftig zu sein, kräftig sein wollte, um seine Feinde zu erschlagen, seine Feinde erschlug, um zu essen, stellte er seine Frage. Warum isst er? Das war die Geschichte der Zweckdiener von Berthold Brecht. Wie du in den Beispielen gemerkt hast, enden Kalendergeschichten meist mit einer Pointe. Zum Schluss fasse ich die wichtigsten Ergebnisse für dich noch einmal zusammen. Kalendergeschichten sind erzählende Texte, die ursprünglich aus Kalendern stammen. Seit dem 18. Jahrhundert sind sie eine eigene literarische Gattung. Die sind einfach geschrieben, leicht verständlich und dienen der Unterhaltung. Seit der Aufklärung nutzten Autoren Kalendergeschichten, um ihr Publikum zu belehren und moralisch zu erziehen. So, das war's von mir. Ich hoffe, du findest die Geschichten spannend und hast vielleicht Lust, noch mehr zu lesen. Eine gute Unterhaltung dabei wünscht dir dein SofaTutor Gregor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.